Ja meine Freunde, schön, dass ihr eingeschaltet habt, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich hoffe, ihr hattet schöne Feiertage, konntet ihr die genießen. Heute das Thema Diego, kein Wechsel. Wir reden darüber nach dem Intro. Hi Real Nico. So Freunde, erstmal hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Real Nico. Was weiter so? Ja Freunde, wie gesagt, ich hoffe, ihr konntet die Feiertage genießen. Ich bin tatsächlich auf meiner täglichen Werder-Suche auf einen Artikel gestoßt von der Deichstube. Und zwar kein Wechsel, kein Transfer. Diego, Diego, guck mal hier. Kein Transfer, Werder Bremen, extra Diego, verlängert zum letzten Mal, Fragezeichen. Den Artikel findet ihr auch hier, wenn ihr ganz normalen Diego eingibt. Bevor wir auf die Eckdaten von Diego gehen, bin ich mit Sicherheit davon überzeugt, dass der eine oder andere gar nicht mehr wusste, dass er überhaupt noch spielt. Beziehungsweise Diego gar nicht mehr verfolgt hat. Tatsächlich spielt Diego immer noch Fußball. Und das bei Flamengo. Und wird vor aller vorhaustigen Halbzeitvertrag nochmal ein kleines Stück weit verlängern. Es bleibt aber noch spannend. Und da sind noch so ein bisschen, ja, sag ich mal, die Gespräche sind nicht komplett abgeschlossen. Und man beschäftigt sich auch schon mit Diegos Karriereende, beziehungsweise nach dem Karriereende die Planungen. So, die natürlich auch sehr, sehr interessant sind. So, natürlich beschäftigt man sich auch mit den Karriereplanungen nach dem Karriereende, beziehungsweise nach der Spielerkarriere. Und dazu habe ich mir Folgendes überlegt. Was ist denn, wenn man Diego, der auch schon bestätigt hat, dass er gerne im Fußball auch bleiben möchte, beziehungsweise immer Fußball im Blut haben wird, wenn man mit Diego jemanden an die Angel ziehen kann, der vielleicht ein gewisses Scouting-Abteilungs-Scouting-Bereich im brasilianischen Bereich für Werder Bremen übernehmen würde. Die Annahme dazu ist ja gar nicht mal so unwahrscheinlich. Diego hat sehr, sehr gute Erinnerungen an Werder Bremen. Das hat er ja auch schon mehrfach betont gehabt, mehrfach gesagt gehabt. 2009 haben wir den DFP-Pokal noch mit Diego übrigens gewonnen. Da war ich live da. Mein All-Time-Favorite-Lieblingsspieler sowieso, absolut. Könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr, also was euer All-Time-Lieblingsspieler war von Werder Bremen und wen ihr gerne nochmal in irgendeiner Form bei Werder sehen wollen würdet. Und Diego wäre so jemand, wo ich mir vorstellen könnte, dass der vielleicht auch das Auge für die Talente hat und eben aber auch die Leute überzeugen kann. Also im Scouting-Bereich, dass der junge brasilianische Talente vielleicht überzeugen kann, zu Werder zu gehen, um eben auch seine Geschichte da nahezulegen und zu sagen, hör mal zu, guck mal, ich bin damals der Hingang, ich habe diesen Schritt gewagt und das ist bei rumgekommen. Versteht ihr, was ich meine? So, und ich glaube, dass wir sowieso im Bereich Scouting ein gutes Stück was nachlegen müssten, da wir nach, ich glaube, Tim Streiten oder Streiten, wie der hieß, da so ein gutes Stück abgeworfen haben, zumindest was wir so mitbekommen, was man in der Öffentlichkeit so spürt irgendwie. Ja, ich kann euch aber auch einfach mal Folgendes zeigen. Und zwar, hier, guck mal, Diego, wie gesagt, spielt immer noch Mark von einer Million. 36 Jahre alt, vertragt bis 22. Spieler hat er jetzt hier 90 gemacht, eine Vorlage dabei. Ist übrigens jetzt mehr im defensiven Mittelfeld. Also er wird eher mehr hier im defensiven Mittelfeld eingewechselt und eher weniger im offensiven Mittelfeld. Also ist so ein bisschen, ja, der Allrounder geworden, von hinten auf Spieleröffner, Spieleröffner. Höchster Marktwert 29 Millionen, das war zu Juve-Zeiten dann hier. Na, ne, guck mal, der erste Marktwert war sogar bei uns und bei Juve war dann 27 Millionen, ja. Genau, und die höchste Ablöse, die jemals gezahlt worden ist, war auch tatsächlich von uns, beziehungsweise die wir bekommen haben, denn wir haben damals an Porto gezahlt 6 Millionen, haben bekommen 27 Millionen. Und dann ging Diego zu Wolfsburg für 15 Millionen und den Rest könnt ihr hier unten auch ableiten oder sehen. Wie gesagt, ich wollte dieses Video einfach mal reinbringen oder auch das Thema Diego reinbringen, weil für mich ist Diego ein absoluter Spieler, den ich immer in Erinnerung behalten werde, den ich immer im Gedächtnis behalten werde. Er hat extrem viel Spielfreude, Spielspaß gemacht, erinnere ich mich auch immer gerne zurück. Und fände es auch gar nicht schlimm, wenn er dann, wie gesagt, aus Flamengo eben jetzt nicht nochmal wechselt. Hat er ja auch gesagt, dass er sich einfach da auch wohlfühlt und dass man diese Wertschätzung da auch bekommt. Aber eben, dass er auch über das Karriereende ja nachdenkt und dass der Fußball immer sein Blut sein wird. Und da kam ich halt dann auf den Gedanken, was ist denn, wenn man Diego vielleicht im Bereich des Scoutings irgendwie integrieren könnte. Was würdet ihr davon halten? Wie seht ihr das Ganze? Wer war euer Favorite Lieblingsspieler bei Werder Bremen? Schreibt es in die Kommentare. Ich bin gespannt und auf Wiedersehen. Haut rein und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020